Sarah Wagenknecht fordert einen Spritpreisdeckel und sie äußert sich auch zur aktuellen Lage im Iran-Israel-Konflikt. Schauen wir mal an, was sie bei Welt TV zu diesen wirklich wichtigen Themen, also sowohl den hohen Spritpreisen in Deutschland, als auch zu dieser Zuspitzung im Nahen Osten zu sagen hat. Am vergangenen Wochenende, Deutschland hat schon angekündigt, es würde jetzt eine härtere Gangart gegenüber dem Iran geben. Welche Maßnahmen, welche Sanktionen kann denn Deutschland, muss Deutschland ergreifen, um dieses Regime der Mullahs in die Schranken zu weisen? Ich glaube, die einzigen, die sich über eine härtere Gangart und Sanktionen freuen, das sind die Hardliner im Iran. Das sind ja nicht die liberalen Kräfte. Also als damals das Iran-Abkommen von Donald Trump aufgekündigt wurde, da waren es die Hardliner, die profitiert haben und die liberalen Kräfte waren eher geschädigt worden. Und deswegen, glaube ich, ist das nicht der richtige Schritt, zumal man ja auch sagen muss, die Reaktion des Iran ist ja eine Reaktion auf die Bombardierung des iranischen Konsulats gewesen. Also wir müssen jetzt alles dafür tun, dass diese Eskalation nicht weitergeht. Natürlich ist das Mullah-Regime ein Regime, das ich zutiefst ablehne. Da muss man, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Es ist auch ein Regime, das natürlich die Existenz Israels infrage stellt. Trotzdem kann man sagen, dieser Angriff war angekündigt, war auch in einer Weise gemacht worden, dass die Israelis darauf reagieren konnten. Und wir müssen jetzt alles tun, damit ein großer Krieg im Nahen Osten verhindert wird und damit vor allem auch das Sterben im Gaza-Streifen aufhört. Weil das ist ja auch ein Teil dieser oder eine der Ursachen dieser ganzen Eskalation. Die Art der Kriegsführung der israelischen Regierung, das ist ja keine Selbstverteidigung mehr nach dem Überfall der Hamas, sondern das ist jetzt ein Rache- und Vernichtungsfeldzug geworden und der muss zu Ende sein, weil sonst eskaliert das alles immer mehr. Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hatte mich schon gewundert bei dem kurzen Interviewausschnitt. Es ging tatsächlich nur um eine Äußerung zur Lage im Iran-Israel-Konflikt und nicht um den Spritpreisdeckel. Ist doch sehr interessant. Ja, dem ist natürlich völlig zuzustimmen, was Sarah Wagenknecht hier gesagt hat. Und die aggressive Politik der israelischen Regierung, der völkerrechtswidrige Angriff aufs iranische Konsulat, der hat dazu geführt, dass dieser Konflikt eskaliert ist. Und dementsprechend müssen wir Druck auf Israel ausüben, beispielsweise durch ein Waffenembargo, durch einen Stopp der deutschen Geldzahlungen an Israel, damit die israelische Regierung hier keinen großen Krieg lostritt. Also da hat Sarah Wagenknecht völlig recht, völlig richtiges Statement von ihr und auch im Gazastreifen muss endlich für Frieden gesorgt werden. Es ist katastrophal, was da passiert und auch das trägt ja nicht zur Beruhigung der Lage in der Region bei. Also ohne die Eskalation des Krieges in Gaza wäre die Lage in der Region eine sehr viel ruhigere. Das muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, gutes Statement von Sarah Wagenknecht an der Stelle. Das muss man ja schon ganz ehrlich sagen.